Mondnacht Lebloser Klotz mondeisiger Nächte, Der an bitterem Märchen erinnert, An Fremdes gelebt worden sein. Fern, wo Menschen heulten Anstelle der Wölfe Über blassem Schnee Bis zum Verstummen darunter. Geborstenes Geröll, Auf dem unsere Schatten gelandet sind Und sich taumelnd bewegen, Viel zu leicht Für die Last unserer Herkunft. Auch dort sind wir hingelangt, Wie immer dorthin, Wo Leben unmöglich ist, In Gleichnisse ohne Erbarmen. Mondnacht Der Titel ist natürlich eine Anspielung auf das gleichnamige Eichendorf-Gedicht. Während bei Eichendorf der Mond die Welt verzaubert, Reagiert Kunert auf einen längst entzauberten, leblosen Klotz. Das wissen wir heute nach vielen kostspieligen, aufwändigen Mondexpeditionen. Der Mond ist so tot wie ein beliebiger Steinklotz in der Wüste. Mond eisiger Nächte, Der an bitterem Märchen erinnert, An Fremdes gelebt worden sein. Dies könnte zunächst als Anspielung auf ein erzieherisch und weltanschaulich gängelndes System verstanden werden, wie dem der DDR. Ein System, das das eigene Leben fremdbestimmt und dazu mit Märchen also falschen Versprechungen einnebelt. Wahrscheinlich ist es noch grundlegender, denn das Fremde gelebt worden sein spielte sich ab, fern, wo Menschen heulten, anstelle der Wölfe, über blassem Schnee bis zum Verstummen darunter. Das kann ganz konkret der Verbannungsort sein, der für das ganze Elend der Ostblock-Diktaturen steht. Sibirien und das System Gulag, also das System der Straflager. Dort heulen Menschen statt der Wölfe, und es verstummen unterm Schnee diejenigen, die Zahllosen, die das Lager nicht überleben. Geborstenes Geröll, auf dem unsere Schatten gelandet sind, und sich taumelnd bewegen, viel zu leicht für die Last unserer Herkunft. Die eigentliche Mondlandung wird dargestellt. Warum es nur unsere Schatten gewesen sein sollen, die auf geborstenem Geröll gelandet sind, wo es doch echte Menschen waren? Es geht wohl mehr um das Atmosphärische des Wortes Schatten. Neben vielen Nebenbedeutungen, die sich mit diesem Begriff verbinden, wird so auch jeder Anklang an Triumph über das Erreichte vermieden. Wenn sich diese Schatten taumelnd, weil zu leicht für die Last unserer Herkunft bewegen, dann wird hier das Physikalische, die geringere Anziehungskraft, mit einer Art Betrugsvorwurf verknüpft. Wir taumeln, weil wir dem Ort, dem wir unbekannt sind, gewissermaßen verschweigen, mit welcher Last an Verbrechen unsere Spezies versehen ist. Auch dort sind wir hingelangt, wie immer dorthin, wo Leben unmöglich ist, in Gleichnisse ohne Erbarmen. Die tatsächliche Mondlandung ist also nichts als ein Gleichnis für die Trostlosigkeit menschlichen Daseins, für die der Mensch aber selbst verantwortlich ist, wenn er überall, wo er hinkommt, sich mit Tod umgibt. Im Gegensatz zu sehen ist, wenn wir das ізüttchen, das ist ein Gleichnis für die Trostlosigkeit des Doses in der Verbrechen hat, und überhinkt sich Milchern und auch an es gibt, und die Erbärmungin des Kompass-Kompass sind, die die Alltag ist für die Erbösen. Zum Glück haben wir gesehen. Das ist nicht die Erbärmung, die Erbärmung des Daseins, die ist ein Daseinschland-Daseinschland. Vielen Dank.